Ja hallo und schön, dass du wieder zugestaltet bist zu Wild at Heart, auf dem Kanal für Männer, von Männer, über Männer, aber natürlich auch für Frauen. Real Authentic Uncut. Ja, das ist der Kanal, der Männerkanal auf Roland Media. Ich bin Roland und ich freue mich, dass du zugestaltet bist. Ich freue mich auch, dass wir heute wieder weitermachen mit dem Fabian Esrat Schneider, mit dem fünften Teil aus der Serie Kraftvoll und Begeistert Mann sein. Ja, und ich mag den Fabian, er ist aber wirklich voller Power. Wenn er spricht, er lebt das auch, er ist sehr authentisch. Ich durfte ihn ja auf dem Männerfestival kennenlernen in Linz dieses Jahr. Und ja, wir hatten ja schon mehrere Themen durchbesprochen, weil heute der fünfte Teil ist, wiederhole es kurz. Wir hatten Der wilde Mann, also findest du auf jeden Fall eine Playlist. Wir hatten Heile deine Vaterwunde, wir hatten Komm in die Männerwelt, wir hatten letztes Mal Verbinde, Kopf und Herz. Und heute geht es darum, selbstbewusst oder eigentlich selbstbestimmt leben. Das ist das heutige Thema. Bis der Fabian sich zuschaltet, nicht vergessen, Subscribe-Button drücken. Das unterstützt den Kanal, das unterstützt die Männerarbeit. Ich sage es immer wieder, es gibt so tolle Männer draußen, die ich auf Festivals oder Events kennenlerne, die sich einfach wieder spüren möchten, die sich weiterentwickeln möchten, die Mann sein möchten. Und es gibt draußen tolle Männer-Coaches. Und ich möchte einfach die beiden zusammenbringen hier auf dieser Plattform. Und das ist mein Anliegen. Und deswegen, hey, sharen, 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 subscriben. Das hilft der Männerwelt, das macht die Männerwelt besser. Das macht bessere Männer aus uns allen und dadurch auch eine bessere Welt. Also, nicht vergessen, Subscriben, Teilen in der Community. Wenn das Video gefällt, auch Liken. Bis gleich. Fabian ist gleich. Ja, hallo, lieber Fabian. Schön, dass wir uns wieder sehen hier auf Roland Media mit einem spannenden Thema. Das geht so banal, für vier ist es so schwer. Aber zuerst einmal, hallo, grüß dich. Grüß dich, lieber Roland. Es ist mir wie immer ein Fest. Ist ja schon jetzt fast ein etablierter, ein etabliertes Ritual, was wir beide hier machen. Alle zwei, drei Wochen treffen wir uns und nehmen einen Podcast auf. Es ist mir immer wieder eine Freude und danke für die Einladung. Ja, die Freude ist ganz meinerseits und das Vergnügen, weil es sind ja immer spannende Themen, die du mitbringst. Und ich habe es in der Einleitung schon gesagt, ja, das ist ja nicht bloß so ein Thema, so eine Überschrift, kraftvoll und begeistert Mann sein, sondern du verkörperst das ja auch für mich. Du bist voller Power und bist positiv. Und ich weiß, wir haben alle Herausforderungen und wir haben alle unsere Geschichten, aber ich spüre deine Power, ich spüre deine Authentizität. Ich durfte dich ja auch live erleben auf einem Seminar-Männer-Festival und das liebe ich total. Und heute haben wir ein spannendes Thema. Ich habe euch gesagt, es klingt so irgendwie banal, so selbstverständlich und doch für viele teilweise weit weg. Selbstbestimmt leben. Selbstbestimmt leben. Ja, selbstbestimmt leben, großes, großes Thema. Und ein sehr wichtiges Thema und gerade als Mann oder gerade als Mann in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, sollte man sich die Frage stellen, lebst du wirklich selbstbestimmt? Machst du wirklich dein Ding? Ja, und für mich ist der Indikator immer, dass ein Mann selbstbestimmt lebt, wenn er seine Bedürfnisse priorisiert, wenn er sich priorisiert, wenn er seine Bedürfnisse kennt, ja, einen Bezug zu sich hat und weiß, was er möchte, wenn er wirklich ein Gespür, ein Gefühl dafür hat, wo er hin möchte, was er möchte und das auch macht. Und wenn er sich selber als Mann priorisiert, ja, seine Bedürfnisse erkennt und durchsetzt und dann umsetzt. Das heißt für mich selbstbestimmt leben. Und das ist nicht einfach, ja. Das ist, das, dafür musst du in meinen Augen, in meiner Welt erstmal dich wirklich grundlegend mit dir selber auseinandersetzen. Das heißt, du brauchst Zugang zu dir selbst als Mann. Du brauchst einfach ein klares Gespür dafür, wo du dich hinentwickeln möchtest. Und der eine Part sind die Bedürfnisse und der andere Part sind, oder das, was fast noch wichtiger ist, damit du das Ganze auch in eine rationale Form kriegst, ist halt eine Visionsarbeit. Also wirklich zu schauen, okay, was ist denn meine Idee von meinen nächsten fünf Jahren? Ich würde da gar nicht so weit in die Zukunft gehen, aber zumindest hier wirklich mal dich fragen, dich hinsetzen und sagen, okay, wo möchte ich denn in den nächsten fünf Jahren hin mit meinem Leben? Und das auf alle Lebensbereiche wirklich auch ausbreiten. Also nicht nur im Beruf, sondern privat, mit Frauen, familiär, mit deinen Kindern. Oder willst du Kinder? Was für eine Art von Beziehung willst du leben? Auch zu was für einem Mann willst du dich charakterlich entwickeln? Ja, also wo willst du hin als Mann? Und dabei, und das ist eigentlich dann wirklich der Teil, wo es dann selbstbestimmt wird, dich dabei so wenig wie möglich von anderen beeinflussen zu lassen. Also wirklich auf dich zu hören. Und das ist der schwierigste Teil. Und sehr bewusst dafür zu sein, wo du Sachen für andere machst, die deinen Bedürfnissen wieder in Wahrheit widerstreben. Also die dich in Wahrheit eigentlich unglücklich machen, die dich von dir wegführen. Beispielsweise Sachen für deinen Chef, für die Leistungsgesellschaft, für deine Eltern. Und wenn es nur, und wenn sie, auch wenn deine Eltern schon, wenn du schon ein älterer Mann bist, egal, insgeheim für deine Eltern, unbewusst noch, Mama gefallen willst oder Papa. Und, oder halt für deine Frau machst, ja, dass du einfach nur Forderungen erfüllst, Anforderungen an dich, die andere an dich stellen, weil du dir halt nie einen Plan gemacht hast, weil du dir nie Gedanken gemacht hast, okay, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Was sind meine Sehnsüchte? Was will ich erleben in diesem Leben? Ich habe ja nur eins, zumindest, soweit wir wissen, ja. Also, das heißt, du bist jetzt und hier und in diesem Leben. Und das ist ein Geschenk, ja, gerade in der heutigen Zeit. Du kannst eigentlich alles machen. Also, was denn? Und selbstbestimmt leben heißt halt genau, diese Komponenten zu fokussieren. Also, im Kleinen die Bedürfnisse, im Großen die Vision, die natürlich zusammenhängen. Die Vision entsteht aus deinen Bedürfnissen. Und da immer wieder darauf zu achten, sowohl in kleinen Entscheidungen, also bei der Frage letzten Endes, ob du, ich meine, das ist schon, ob du, ob du, sag mal eine kleine Entscheidung, ob du dir jetzt das oder das zum Mittagessen holst, ja, oder größere Entscheidungen, ob du deinen Job kündigst, ob du deine Beziehung beendest, ob du eine Familie gründest, ob du dich selbstständig machst oder einen neuen Job angehst oder was auch immer, ja. Für mich war es spannend, Fabian, und zwar, als ich mich vorbereitet habe auf das heutige Thema. Sprich, ich habe geschaut, okay, welches Thema steht heute an in unserem Gespräch? Und ich habe das so für mich so reflektiert, selbstbestimmt leben, also die beiden zusammengetrennte Wörter. Und ich habe mir hineingespielt und habe mir gedacht, für mich das ist irgendwie so eine Tautologie. Was heißt das? Eine Tautologie heißt, wenn du etwas doppelt bestimmst, ja. Also für mich heißt Leben, also wirklich Leben ist selbstbestimmt. Okay. Hört sich gut an. Du bist für mich ja auch ein Paradebeispiel für jemanden, der wirklich selbstbestimmt lebt. Also so, wie ich dich kennengelernt habe mit den Geschichten, die du mir erzählt hast, wie du lebst, wie du dein Leben bestreitest, es ist ja schon sehr selbstbestimmt, ja. Du machst Sachen, die dir wirklich gut tun, du achtest sehr auf dich, du bist sehr bei dir und du achtest in meinen Augen, zumindest so wie ich dich kennengelernt habe, relativ wenig auf das, was andere dir sagen, ja. Natürlich gehst du nicht über andere, das merke ich auch bei dir ganz klar, aber du bist jemand, der sich priorisiert, der seine Bedürfnisse priorisiert und sein Leben so gestaltet, dass es ihm wirklich gut tut, ja. Und eigentlich müsstest du mir erzählen, wie man selbstbestimmt lebt, weil du das wirklich, also du bist für mich wirklich ein Paradebeispiel für einen Mann, der selbstbestimmt lebt, ja. Ich versuche es natürlich, hänge ich natürlich auch mit einem Pein in der Gesellschaft drin. Klar, ich ja auch. Aber wie gesagt, ich sage immer, wenn man das selbstbestimmt weglässt und nur Leben nimmt oder das Leben wegnimmt, also für mich war immer klar, wenn ich es selbstbestimmt weglasse, ist es noch ein Leben und ist es noch lebenswert? Ja, genau, genau. Das führt ja auch dazu, also diese, also je mehr du dich von dir entfernst in deinem Leben, desto eher gerätst du in irgendwelche Krisen. Also diese klassischen Krisen, die ein Mann in seinem Leben erleben kann, also Beziehungskrisen, Trennungen, Burnout, wie man heute so schön sagt, ja, also oder berufliche Krisen, Sinnfragen, diese ganzen Sachen stellen sich ja erst dann, wenn du halt nicht selbstbestimmt lebst. Also das sind alles Resultate von einem nicht selbstbestimmt gelebten Leben, ja. Von daher, je früher du dir auch diese Fragen stellst, desto besser. Das ist nämlich auch ein Punkt, dass viele Männer das erst in reiferem Alter machen. Und je früher, desto besser, aber es gibt auch kein zu spät, das muss man auch dazu sagen. Also es kann man es immer noch machen, auch mit 85 noch, ja. Aber je früher du es machst, desto besser. Ich habe das so oft, dass meine Teilnehmer mir sagen, boah Fabian, du hast es mit 30 gemacht, was ich jetzt mit 50 mache. Und das ist der Unterschied zwischen uns beiden, ja. Und da ist was dran, ja. Also ich habe wirklich früh im Leben mir diese Fragen gestellt. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Ich habe das auch nicht so bewusst gemacht. Das kam auch in mein Leben. Ich hatte halt auch schon früh Krisen wirklich, wo ich mir diese Sinnfragen gestellt habe. Und es war halt so, ne. Und das habe ich auch nicht, bin ich nicht aktiv. Das habe ich nicht, also es ist keine Leistung von mir oder so. Es ist einfach ein Geschenk, das vom Leben an mich, sage ich mal so ein bisschen. Und heute versuche ich das ja wirklich Leuten oder bringe ich das Männern näher. Das ist ein essentieller Bestandteil meines Trainings, dieses selbstbestimmte Element in sein Leben zu lassen. Ja, neben den anderen Sachen, neben den Beziehungsfragen, die sich ja alle daraus resultieren letzten Endes. Absolut. Aber liebe Männer, wenn du zuhörst, lieber Mann, wenn du zuhörst, die gute Nachricht ist, es ist nie zu spät, das Leben zu beginnen. Genau. Ich hatte das Glück, dass ich das vor dem Abitur, vor der Matura schon gemacht habe, dass ich draufgekommen bin, geht den Weg schon sehr, sehr früh. Aber es ist nie zu spät. Obwohl ich dazu sagen muss, Fabian, mir passiert es auch manchmal. Du weißt ja, ich lebe ja im Wohnmobil und arbeite remote. Und ich habe jetzt auch so die Phase gehabt, dass ich gesagt habe, ich wollte eigentlich schon weg, wieder von dem Standort, wo ich bin, wieder Richtung Süden, zum Überwintern. Und habe ich jetzt auch gezaudert und gewartet, weil ich noch auf Kunden warte, Feedbacks, macht man den Workshop oder macht man nicht. Und ich habe gestern Nacht entschieden, nee, ich warte nicht im Außen, ich bestimme, ich meinen Weg. Wenn es dann anders kommt für den Klienten, naja, dann kann ich immer nochmal umdrehen oder ins nächste Flugzeug steigen. Aber nein, ich gehe meinen Weg. Und ich denke, das ist auch so wichtig, so eine Klarheit zu haben und dann auch diesen Weg zu gehen. Sag, aus deiner Erfahrung, was unterstützt einen Mann aus deiner Sicht dabei wirklich selbstbestimmt und dann sage ich, einfach zu leben? Also das Wichtigste ist einfach, dass der Mann einen Bezug zu sich hat. Das hört sich auch wieder leichter an, die viele Männer verlieren lassen. Die haben als junge Männer vielleicht noch diesen Bezug, oft auch als junge Männer schon nicht, aber diesen Bezug zu sich selber. Und was dabei einfach hilft, wenn du das Gefühl hast, das nicht mehr zu haben, wenn du dich in einem Leben, in einem fremdbestimmten Leben zu Hause fühlst, also wenn du in einem fremdbestimmten Leben bist, wenn du das Gefühl hast, hauptsächlich fremdbestimmt durch die Welt zu laufen. Also dass andere über dich bestimmen, dass andere deinen Tag planen, dass du praktisch nur noch Dinge tust für andere Menschen, um dein Geld nach Hause zu bringen, um wie gesagt deine Arbeit zu erfüllen, um deiner Frau das Recht zu machen, um es deinen Kindern recht zu machen, um es deinen Eltern recht zu machen, um es deiner Tante recht zu machen, deinen Nachbarn und so weiter. Dann hilft dir, dass du wieder Bezug zu dir aufbaust. Und wie schaffst du das? Indem du in die Ruhe kommst. Du brauchst Ruhe dafür. Du brauchst eine Zeit für dich, wo du einfach in Klausur gehst, wo du dich rausnimmst aus deinem Alltag. Also wenn du in diesem Alltag verfangen bist, dann brauchst du eine Zeit, wo du dich rausnimmst. Und natürlich sind ideal dafür geeignet, solche Visionsretreats oder auch solche Trainings wie meins. Und das meine ich jetzt an der Stelle wirklich nicht als Werbung, sondern als Empfehlung. Also du musst auch gar nicht zu meinem Training kommen. Geh einfach irgendwo hin, wo diese Themen eine Rolle spielen. Vision, Zukunft, wo will ich hin? Und das sollte möglichst weg von deiner normalen Umgebung sein, auch von deinen normalen Arten, wie du lebst. Also wenn du ein großer Businessmann bist, wenn du eigentlich viel geschäftlich unterwegs bist, viel im Büro bist, dann geh nicht auf so eine Business-Konferenz, wo es dann darum geht, sich Visionen zu setzen, sondern geh auf was anderes, auf irgendein alternatives Retreat meinetwegen. Und wenn du voll der Alternative bist und, keine Ahnung, Kindergärtner und immer nur so in solchen alternativen Szenen rumläufst, dann geh mal lieber auf so ein Business-Retreat, ja? Dann geh mal lieber dahin. Also irgendwas, wo du rausgenommen wirst, wo du wirklich wegkommst. Und darum geht es. Und dann auch im Alltag, dir immer wieder Inseln zu schaffen, auch wenn du unterwegs bist, da wirst du mir sicherlich auch zustimmen, dass du immer wieder Phasen der Ruhe hast, ja? Wo du wirklich weg bist. Und natürlich ist das manchmal schwer, wenn du in so einer Lebensphase bist wie ich, mit zwei kleinen Kindern. Ich habe jetzt wieder einen Job angenommen, einfach einen festen Job. Weil das auch meinem, das ist auch eine selbstbestimmte Entscheidung, weil ich gerade diese Sicherheit einfach suche und brauche für meine Familie. Und dann ist das schwer, aber es ist doch möglich. Und selbst, wenn du nicht die Zeit hast, jetzt eine Woche rauszugehen oder zwei Wochen oder wie auch immer, dann mach drei Stunden draus. Ja, dann geh drei Stunden in die Sauna. Ja, oder mach meinetwegen nur zehn Minuten morgens draus, wenn es gar nicht anders geht. Ja, dann setz dich morgens zehn Minuten in Ruhe hin. Vielleicht geh kurz raus, einen kurzen Spaziergang auf den Balkon setzen oder wie auch immer in den Garten, wie es dir möglich ist. Und atme tief ein durch und sei ein Versuch, einfach in der Ruhe so ein bisschen dein Leben raus zu zoomen, ja, so die Adlerperspektive einzunehmen und dich zu fragen, okay, mache ich eigentlich gerade das, was ich möchte? Bin ich eigentlich gerade auf dem Weg, der mir gut tut? Und mach das nicht nur einmal, mach das am besten täglich, ja, für ein paar Minuten. Und dann nimm dir am besten, weiß ich jetzt nicht, einmal im Quartal, würde ich jetzt sagen, so als Hausnummer, als Richtlinie, also alle drei Monate mal ein Wochenende für dich oder zumindest mal einen Tag für dich, wo du einfach, wenn es kein Tag sein soll, dann halt einen Saunabesuch oder so, ja, oder eine Wanderung oder sowas, ja. Und dann der dritte Punkt, und das ist so ein bisschen auch mein, also was ich immer wieder sage, ja, was total hilfreich ist, sind Männerfreundschaften, gute, emotional offene Männerfreundschaften, die dich, die das Große in dir sehen, die dich daran erinnern, wo du hin möchtest. Und dafür brauchst du natürlich gute Freunde, das kannst du auch, oder Freunde, mit denen das auch möglich ist. Das ist auch nicht so selbstverständlich, auch nicht so einfach zu finden, aber es ist auch möglich. Es ist möglich, wenn man beispielsweise auf so einen Männertag geht, wie in Österreich, wo wir uns ja kennengelernt haben, da findest du solche Männer. Und da hast du solche, dann hast du solche Kontakte. Aber das müssen, das kannst du auch im Alltag finden natürlich, ja, es gibt diese. Und dann verbinde ich mit den Männern, und das ist so ein weiterer Tipp, der dich immer dabei, der dich dabei unterstützt. Aber es ist wichtig, dass die Leute dich groß sehen wollen, dass sie dir nichts neiden, dass sie dich nicht klein halten wollen, dass sie dich nicht zurückhalten wollen, dass sie dich nicht in Wahrheit irgendwie so haben wollen, wie sie sind, oder dir irgendwas erzählen, sondern dass sie dich groß sehen wollen und das Beste für dich wollen. Das hilft dir dabei. Absolut, absolut. Also ich nehme es auch für mich mit an, was du gesagt hast. Ja, eben so sich rauszunehmen, zur Ruhe zu kommen, ist ganz wichtig. Also ich bin ein Fan davon, wenn einer wirklich steckt, soll man wirklich so eine Zäsur mal zu machen. Also jetzt nicht den Job schmeißen und Beziehungen. Also eine Verlängertswoche oder eine Woche wirklich rausnehmen. Man braucht ja auch eine Zeit, bis man runterkommt. Und was du sehr schön erwähnt hast, ich musste schmunzeln, wie du gesagt hast, diesen Perspektivenwechsel, eben wenn du eben Businessman-Being gegeben hast, Alternative oder umgekehrt. Ich habe das vor Jahren gemacht. Ich habe mich da auch mal rausgenommen für fast sechs Wochen. So wie ich so ein Business und immer geflogen weltweit und immer zu tuner gemacht für meine Klienten und habe mich dann entschieden, ich gehe in ein Ashram. Wollte nicht nach Indien, da war ich schon so oft, dann bin ich dann in die Karibik geflogen, in Paradise Island. Klingt jetzt nobel, Business-Class natürlich geflogen. Aber, aber, ich habe mir in Miami ein Zelt gekauft und habe dann in diesen Ashram am Strand gezeltelt. Also in keine Villa gezogen. Ein Kumpel von mir war zur damaligen Zeit Vice President, einer der größten Hotelgruppen. Der hat nebenan dieses Luxus-Resort. Aber ich habe gesagt, du, da ist das Wittere, da kannst du jederzeit rein. Ich bin nicht gegangen. Und es hat mir so einen Perspektivenwechsel. Klasse, ja, genau. Das ist der Punkt dieser Perspektive. Genau das meine ich so. Weißt du, so Routinen unterbrechen, wenn man sagt, gehe mal einen anderen Weg zum Arbeitsplatz oder nehme mal die linke statt die rechte. Also ich finde es so wichtig, dass man mal so einen Perspektivenwechsel einfach macht. Und du kannst auch, also du, klar, wenn du die Kohle hast, mach sowas wie du gemacht. Das ist super, ja. Das ist total geil. Also gönn dir das, ja. Ja, 200 Dollar für sechs Wochen. Okay. Aber wenn du keine 1200 Dollar übrig hast, dann kannst du auch dir einen Rucksack nehmen und einfach fünf Tage lang durch die Wildnis wandern oder durch deine Wildnis. Ja. Ich bin mal hier im Sauerland. Also das ist hier in Dortmund bei mir vor der Tür einfach so ein Mittelgebirge, ja. In Dortmund wirklich nichts Besonderes. Aber also nichts Schönes. Also es ist schön, da kann man sich jetzt drüber streiten. Für die Holländer ist es sehr schön. Das ist die erste Berglandschaft aus Holland. Also sehr viele Holländer da, Urlauber und so. Und dann habe ich mir einen Rucksack genommen, bin hier zu Hause losgegangen und einfach den Berg hoch, die ganze Zeit den Berg hoch, immer weiter, immer weiter. Bin fünf Tage da rumgelaufen. Und war nur für mich. Handy aus, alles aus. Und das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich meine, ich habe viel solche Sachen gemacht. Aber das war ein Beispiel, wo ich kaum Geld ausgegeben habe. Wo ich nur, ich meine, ich habe da nicht draußen gezählt. Das kannst du ja theoretisch auch noch machen. Ja, dann einfach im Wald übernachten. Das ist so ein bisschen erfordert dann wieder andere Qualitäten. Aber ich bin dann irgendwelche Hotels noch gegangen, dann um zu übernachten. Aber das hat nichts gekostet. Das war, keine Ahnung, 50 Euro pro Nacht. Ja, dann habe ich mich von meinem Vater abholen lassen. Dann irgendwo nach, wo ich keine Lust mehr hatte, nach fünf Tagen, habe ich mich einfach abholen lassen. Und das war es. Und das war super. Da hat mir sehr viel gebracht. Und genau sowas meine ich. Also es muss nicht, klar, wenn du solche tollen Sachen machen kannst, wie den Männern-Counter buchen, oder zum Ashram fliegen in irgendwelche. Super, habe ich auch schon gemacht. Also ich war auch in Indien im Ashram und diese ganzen Sachen. Das ist großartig. Das ist total genau. Aber es muss nicht immer dieses High-End-Ding sein. Also das ist auch wichtig so vielleicht für die Männer zu, oder das wird jeder Mann schnell begreifen. Es geht nicht um das Format an sich, sondern es geht auch darum, dass du es machst. Und lieber du machst was, was eine kleine Hürde darstellt, was jetzt nicht, wo du nicht jahrelang für planen musst oder ein halbes Jahr Geld sparen musst und irgendwie noch buchen musst und so weiter. Sondern es geht einfach nur darum, dass du dir über die Ruhe gönnst. Das ist alles. Und es geht auch nicht darum, alles über den Haufen zu schmeißen. Es geht nicht darum, jetzt alles in Frage zu stellen, Job und Beziehung, sondern einfach mehr Perspektive zu gewinnen, neu hinzuschauen, schon vielleicht neu zu bewerten vielleicht. Aber es heißt nicht davon zu laufen, weil am anderen Ende wartet ja wieder das Gleiche und man nimmt sich ja selber mit. Absolut. Das ist eine Frage der Umsetzung dann. Wie gehst du dann wirklich in diese Richtung, die du dann für dich als gut wahrnimmst? Und da stimme ich dir total zu, diese Hau-Ruck-Entscheidung, ich schmeiß alles hin und so, das macht in den allermeisten Fällen wenig Sinn. Das ist besser, du gehst peu a peu, gehst langsam, aber sicher in die Richtung, in kleinen Schritten. Weil das ist das, was dein System tatsächlich dann nachhaltig ändert. Also wenn du diese Hau-Ruck-Entscheidung machst, dann bist du in der Regel, führt das nur zum Chaos. Es soll ja keine Flucht sein. Genau, genau. Und du änderst auch dein, also es ist immer besser, es ist wie beim Sporttraining. Es ist besser, jeden Tag stetig zu trainieren oder weiß ich nicht, viermal die Woche, fünfmal die Woche bewusst zu regenerieren. Also eigentlich jeden Tag ein bisschen Zeit für den Körper zu investieren, als irgendwie einmal in der Woche 15 Kilometer zu laufen und irgendwie dann total kaputt zu sein. Und dann tust du deinem Körper nichts Gutes. Ja, dann überforderst du dein System, überforderst du deinen Körper. Und das Gleiche gilt auch dafür, wenn du zu große Schritte machst in deinem Leben, zu große Schritte in irgendwelche Richtungen. Ja, genau. Es ist ja für unsere Zuschauer, Fabian, es gibt ja Männer, die sagen, ja, okay, macht Sinn, kognitiv verstanden und jetzt will man, macht man, ist man motiviert, noch nicht bereit, aber motiviert. Also veränderungsmotiviert, noch nicht veränderungsbereit, aber veränderungsmotiviert. So eine Vorstufe. Ja, und dann ist ihr Alltag. Was hält so Männer ab? Was sind so Themen oder so Beispiele, du kennst das vielleicht von dir selber oder auch von der Männerarbeit, wo es dann wieder, wo man dann wieder, ich will nicht sagen vom Weg abkommt, sondern, ja, wo, wie diese Neujahrsvorsätze, man nimmt sich viel vor und dann am 3. Jänner, puh, bereitet mir die nächsten Neujahrsvorsätze fürs nächste Jahr vor. Ja, ja. Das ist so ein bisschen eine Frage des Umsetzens, sage ich mal. Also wie gut kannst du umsetzen? Da kannst du ganz einfach Techniken lernen, die dich dabei unterstützen. Aber das Entscheidende ist eigentlich, also das ist so ein bisschen die Frage nach der Disziplin, nach der Beziehung zu deiner Aggression, nach der Kraft, die dich wirklich gehen lässt, die dich nach vorne bringt und so weiter, auch durchaus diese klassisch männlichen Qualitäten, maskulinen Qualitäten in sich zu stärken. Aber gerade bei der Frage des Selbstbestimmtslebens ist halt dann wirklich die Frage, wer bestimmt dich fremd? Wer möchte dich klein halten? Ja, also achte, sei da ganz bewusst, in welcher Form dich dein Umfeld prägt und in Wahrheit runterzieht. Und Umfeld kann jetzt wirklich alles sein. Das kann erst mal die Gesellschaft als Ganzes sein. Also inwieweit erfüllst du Anforderungen der Leistungsgesellschaft, obwohl sie in Wahrheit nichts mit dir zu tun haben? Ja, das ist, sei da ganz bewusst so und finde für dich auch einen Weg, selbst in einer Gesellschaft zu leben und trotzdem dein Ding zu machen. So, und es kann aber auch natürlich im unmittelbareren Bereich sein. Also dein unmittelbares Umfeld kann dich runterziehen. Die Erwartungen, die dein Umfeld an dich hat, können dich extrem fremdbestimmt sein lassen, dass du nur versuchst, diesen Erwartungen zu erfüllen. Speziell gilt das für Beziehungen, für Beziehungen, die nicht mehr gut laufen. Also eine Beziehung, wo du primär die Erwartungen deiner Frau erfüllst, sozusagen nur noch das tust, damit deine Frau Ruhe gibt, ist ja das Schöne. Wenn sie ruhig ist, das ist ein Klassiker, so ein richtiger Klassiker, so, ja, damit sie ruhig, damit ich meine Ruhe habe, ja, mache ich das jetzt, bringe ich jetzt den Müll runter, mache ich dies, mache ich das, ein bisschen. Also wie heißt das so? Happy wife, happy life. Happy life ist der schlimmste Spruch überhaupt. Happy wife, happy life ist für mich ein absoluter schlimmer Spruch, ja. Absolut. Weil es macht deine Frau nicht glücklich, wenn du ihr alle Erwartungen erfüllst, also im Gegenteil. Also meiner Erfahrung nach sind die Beziehungen glücklichsten, wo beide Partner halt ihr Ding machen und sie sich darin unterstützen, in ihren gegenseitigen Vorhaben und zusammenkommen und vielleicht sogar zusammen was machen, ja, das kann auch eine gute Beziehungsversion sein, aber wo sie sich mindestens unterstützen. Das Gleiche gilt auch für deine Freunde, für dein Umfeld, für dein soziales Umfeld. Sehen diese Leute das große dir? Wollen die dich groß sehen oder wollen die in Wahrheit dich klein halten? Wollen die dich so haben, wie du vor 20 Jahren warst? Wollen die den Alten in dir sehen, ja, und so und 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 ein wichtiger Punkt ist auch, vergleich dich nicht. Das ist auch ein Ding, dass du, was Leute davon abhält, selbstbestimmt zu leben, wenn sie immer gucken, was der andere hat. Wenn du bei dir bist, ist es dir egal, was ein anderer hat, ob der mehr oder weniger hat als du. Das ist nicht wichtig. Du kannst natürlich zur Motivation dir Benchmarks nehmen, irgendwie Sachen, Leute, die schon da sind, wo du bist, wo du hin möchtest. Das ist auch großartig, das ist auch gut, das ist so ein Mentor zum Beispiel, das würde ich auch immer Leuten empfehlen, wenn du dich mit Leuten zum Geben, die da sind, wo du hin möchtest, das verkörpern, was du leben möchtest. Aber es geht halt auch andersrum. Wenn du dich ständig vergleichst, wenn du ständig guckst, ja, habe ich mehr Geld, habe ich mehr dies, habe ich mehr das, das lässt dich nicht selbstbestimmt so sein. Selbstbestimmt sein. Und diese Punkte und auch die Verlockung der Leistungsgesellschaft, sei da auch sehr bewusst. Also dieses Ganze, ich bin am Handy, ich bin am Fernsehen, ich lenke mich ab, ich höre den ganzen Tag schlechte Nachrichten und so, ich lenke mich konstant ab eigentlich von mir selber über die Verlockung. Ich esse viel Zucker, ich esse Chips, ich ernähre mich ungesund, weil es ja so nahe liegt, weil es mir die Werbung ja sagt, weil das ja jeder macht und so weiter. Das sind die Punkte, die dich daran hindern, selbstbestimmt zu leben. Ja, das ist im Grunde genommen sehr, sehr klar. Also alles, was dich wegbringt von dir, ja, das ist nicht großartig. Gut, das ist, und da gibt es sehr viel, sehr viel, also ich behaupte, die wenigsten, also die meisten Männer, die meisten Männer leben eher fremdbestimmt, ja. In meiner Welt, in meiner Wahrheit, was ich so sehe in meinem Leben, wenn ich rumlaufe durch die Stadt oder durch die, ich bin ja in Großstädten unterwegs, in deutschen Großstädten, in vielen Köln, vielen Dortmund unterwegs und die meisten Männer, die ich da so sehe, insbesondere in unserem Alter, sage ich mal jetzt so, 40 plus Männer, die, die rennen fremdgesteuert durchs Leben, ja. Und, ja, und deshalb aber, genau, deshalb. Ja, weil ein geiles Auto und ein cooler Spruch auf der Lippe heißt noch nicht selbstbestimmt leben. Nee, ganz im Gegenteil. Ich meine, es kann auch sein, es kann auch sein, dass du ein geiles Auto dich da rein entfaltest, super, dann mach das, wenn es dir Spaß macht. Darum geht es, aber ja, genau, das ist nämlich genau das, ja, das, wenn du, wenn du solche Erwartungen erfüllst, ich muss den Status, ich will ein Auto haben und dies und das, dann bist du meistens auf dem falschen Pfad. Aber Fabian, ist es nicht häufig auch so, dass man, oder auch Frau natürlich, aber man sich auch sehr häufig selber an die Leine nimmt und den Maulkorb umbindet, weil wir mutmaßen oder annehmen, dass das erwartet wird und oft wird es gar nicht erwartet? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch ein, also ich hatte früher sehr viel, sehr viel Angst oder Unsicherheit vor Sichtbarkeit. Also mich wirklich sichtbar zu machen. Jetzt vor 20 Jahren hätte ich mich jetzt nicht hier hingesetzt, hätte sowas alles hier erzählt. Auch noch nicht mal vor zehn Jahren. Ja, wäre ich irgendwie, wäre mir unangenehm gewesen. Und in Wahrheit fühlt man sich viel besser, wenn man es macht. Und es juckt auch keinen. Ja, also die Leute, wenn die einmal verstanden haben, dass du so ein Typ bist, also ist dein Ruf erst ruiniert, dann kennst du den Spruch. Und genau so ist es auch. Also du machst dein Ding und du wirst überrascht sein, wie wenig Leute, wo du denkst, dass er irgendwie auf große Kritik stößt. Ich meine, klar, muss man auch sagen, je mehr du dich entwickelst, desto mehr kommt vielleicht auch mal was Unangenehmes. Das ist schon so. Je mehr du aus deinem, je mehr du selbstbestimmt lebst, desto mehr gehst du auch aus deiner Komfortzone häufig raus. Muss man schon auch sehen. desto mehr spiegelst du dem anderen, ja, du könntest auch so leben. Und das ist nicht so, manche Leute streben ja das nicht an, sondern versuchen, dich ja zurückzuhalten und selber nicht auf den Weg zu gehen. Ja, ja, genau. Das erlebt man schon. Und aber, wenn du gut bei dir bist, damit bin ich wieder am Anfang, dieses Podcast, dann ist dir das halt egal auch. Dann kannst du damit umgehen. Und das erfordert aber auch eine gewisse innere Stärke, eine gewisse Größe innerlich, aber die kannst du dir ja aufbauen. Und das stärkst du auch. Je mehr du halt dein Ding machst, desto stärker wirst du auch innerlich und desto egaler wird dir das auch, was andere jetzt von dir halten. Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Also dieses, wenn du selbstbestimmt unterwegs bist, kann es, ist es dir egal, was andere von dir denken, weil du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Absolut. Man besitzt ja auch heute wieder in der Früh, dass mich jemand auf Social Media irgendeinen Absatz dazuschreibt und mich kratzt das überhaupt nicht. Das Einzige, was ich mache, wenn ich die Person wertschätze, dass ich persönlich, also ich schreibe da nicht zurück, sondern persönlich kontaktiere und einfach nachfrage, was triggert dich da und vielleicht kann ich dir irgendwie helfen oder so, wenn du dich an mir reiben möchtest. Ja, mache ich gerne. Ja, Social Media ist ja das eine. Das stimmt schon, aber das ist das eine, so Social Media Sachen, die können auch hart über dich zusammenbrechen, gerade in der heutigen Zeit, muss man auch schon sagen, aber da ist es ja noch anonym, also da kennst du die Leute ja nicht wirklich, aber wenn das halt Leute sind aus deinem unmittelbaren Umfeld, ist es oft noch viel schwieriger, also meinetwegen deine Frau, deine Eltern, ja, dein Bruder oder so, wenn die dann auf einmal ankommen und dich klein machen wollen und du merkst, das ist jetzt nicht mehr dran, also du musst jetzt einen Schritt machen. Das ist oft viel härter. Dein bester Schulfreund von früher, ja, also so Sachen, wenn, das ist dann, das sind die viel härteren Sachen, also finde ich, als wenn du Kritik auf Social Media einsteckst, die ja eigentlich nur Respekt ist, wie du gerade selber gesagt hast, ja, die eigentlich ja zeigt, also je mehr, je mehr Kritiker du hast, desto weiter bist du ja eigentlich auch, gerade jetzt, wenn wir uns Social Media angucken. Na klar, da gibt es auch wieder polarisierende Menschen, nicht so polarisierende Menschen und so weiter, aber ja, genau, also das würde ich immer eher als Lob wahrnehmen, Ich habe das selber erlebt, ich habe vor 30 Jahren einmal ein riesen Network aufgebaut und ich habe es immer wieder erlebt, dass Leute zu mir kamen, sehr häufig Männer, muss ich dazu sagen, sehr häufig Männer, Frauen waren da irgendwie selbstbewusster, aber sehr häufig Männer, die total begeistert, ja, da bin ich dabei, das ist gut, da kann ich meine Träume erfüllen, das ist genau mein Ding und dann kommt der Nachbar oder dann kommt die Frau oder dann kommt irgendwer daher, der vielleicht selber nichts im Leben zusammengebracht hat und dann geht alles hin und ich habe mir gesagt, hör nie auf die anderen, weil dann hast du, was die anderen haben und vielleicht haben die gar nichts. Toll. Weil nie auf Menschen, hör nie auf Menschen, die nicht da sind, wo du hier sein möchtest. Absolut. Immer nur auf Menschen, die das haben, was du nicht hast, die das haben, wo du hin möchtest, so ist es vielleicht besser. Ich habe das heute auch noch, ich habe auch Mentoren, ich habe Leute, die ich respektiere oder die Dinge haben, die ich nicht habe, wo ich gerne hin möchte. Bei mir ist das derzeit vor allen Dingen im Business-Bereich, also ich bin einfach nicht gut in Marketing, in Business-Sachen. Keine Ahnung, habe ich wenig Bezug zu gehabt bisher. So, jetzt habe ich aber Männer, die ja wirklich für mich, die für mich Mentoren sind, wo ich wirklich hinschaue. Wir hatten ja letztens auch so ein Gespräch. Du bist ja auch einer, der mir weit voraus ist in dem Bereich. Und das ist einfach gut. Das inspiriert mich. Und das würde ich dir raten als Mann. Also schau, wenn du beispielsweise Marketing-Fragen hast, du kennst dich in Marketing aus, such dir jemanden wie den Roland beispielsweise. Egal, jemanden, der dich inspiriert, der merkt, wo du merkst, alles klar, der hat was, wo du nicht bist, der kann dir was geben. Und dann ist natürlich wichtig, wie immer in jeder Beziehung, dass du auch was zu geben hast, dass es auch ein Geben und Nehmen ist. Das ist natürlich wichtig. Das ist auch klar. Warum soll sonst der andere mit dir Zeit verbringen oder seine wertvolle Zeit mit dir verbringen? Aber darum geht es. Und Ratschläge von Menschen, die nicht da sind, wo du hin möchtest, da brauchst du gar nicht drauf zu hören. Absolut. Und die kriegst du gerne. Das machen Leute immer sehr gerne und geben dir irgendwelche Reise. Das erlebe ich auch ständig. Und da musst du einfach, da musst du auch Durchzug schalten. Man sagt, es gibt ja in Deutschland 100 Millionen Bundestrainer. Ja, genau. Deswegen ist es ja so wichtig, was du eingangs gesagt hast. Einer dieser drei Punkte ist ganz einfach, sucht der andere, sucht der echte Männerfreundschaft. Ja, absolut. Und wie du sagst, sucht auf Mentoren, Vorbilder oder wie es schon neu deutsch heißt, Role Models. Aber nicht um sich zu vergleichen, sondern um einfach zu lernen. Ganz einfach. Das habe ich auch gemacht. Genau, genau. Und das können, wie gesagt, auch wirklich Freunde sein. Genau. Das können auch Freunde sein, die gewisse Qualitäten haben. Also die, wo du hinmöchtest. Ja, die für dich was haben, wo du merkst, okay, das ist auch der Grund, im Grunde genommen, warum du dich zu anderen Männern hingezogen fühlst. Ja, weil da irgendwas ist, wo du merkst, alles klar. Der hat irgendwas, das inspiriert mich. Oder der unterstützt mich. So diese beiden Sachen sind es eigentlich. Entweder der inspiriert mich auf irgendeine Art oder der unterstützt mich einfach. Der sieht, der inspiriert mich deshalb, weil er in mir die Größe sieht, weil er mich weiterbringen möchte. Ja, weil er einfach, und darum geht es. Und wenn du mit dieser Haltung auf den anderen Mann zugehst, dass du ihn auch weiterbringen willst, dann ist alles gut. Dann, ja, genau. Das ist alles spannend. Ich habe noch so eine Abschlussfrage, zu dem Thema, selbstbestimmt leben, in der Arbeit mit den Männern, die du draußen leistest. Was sind so diese Feedbacks, die du bekommst, was du am häufigsten hörst, wenn die Männer sich auf den Weg machen und sagen, okay, ich lebe ein selbstbestimmtes Leben. Ich bin nicht nur motiviert, sondern ich habe die ersten Schritte gesetzt. Es hat sich was verändert. Was sind so die häufigsten Rückmeldungen, die du da bekommst? Also, um ehrlich zu sein, was ich echt häufig höre, ist, dass es anstrengend wird. Dass es intensiver wird, das Leben. Intensiver und dadurch auch anstrengender. herausfordernder, aber besser, aber intensiver, dass sie mehr spüren, dass sie mehr fühlen, dass sie mehr Dinge im Leben, also wirklich mit ihnen zu tun haben. Und das macht das Ganze intensiver und anstrengender. Also anstrengender im Sinne von herausfordernder, jetzt nicht unbedingt ermüdender, aber einfach herausfordernder. Es kommen mehr Herausforderungen. Es kommen auch mehr Dinge wie Hürden, wie Selbstzweifel, innere, äußere Widerstände, über die man gehen muss, die das Leben aber auch wieder spannend machen. Also, das ist auch, glaube ich, ein Trugschluss zu denken, dass ja Selbstbestimmte im Leben ist irgendwie der leichte Weg oder der softe Weg, der smoothere Weg. Das ist nicht so. Das ist eher der harte Weg, eher so dieser Weg, wo du doch dann nochmal sozusagen den schwierigeren Weg nimmst, der aber dich irgendwie, der mehr verspricht, wo mehr am Ende des Weges auf dich wartet und auch schon während des Weges auf dich wartet, wo du wächst, wo du größer wirst, wo du als Mann dich entfaltest. Und das ist halt wichtig. Also das ist halt einer der elementaren Faktoren für Lebenszufriedenheit. Also wenn ich Männer erlebe, die bei mir im Training sind und geknickt reinkommen, wirklich, es sind ja tatsächlich, nicht alle Teilnehmer, aber einige doch, die wirklich geknickt sind, also die wirklich durch eine Krise gegangen sind oder in einer Krise stecken. Und bei denen kann man es halt ganz klar sehen, wie dann dadurch wirklich die Lebenszufriedenheit steigt. Also die sind einfach mehr bei sich. Da ist mehr Feuer hinterher in dem Mann drin, mehr Leben, mehr Energie. Die Strahle sind auch, da sieht man es auch sehr häufig in den Augen. Genau, absolut, genau. Das sieht man in den Augen, absolut. Dann sieht man es, ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich frappierend, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen vielleicht, aber es ist wirklich krass, wenn die Leute in meine, gerade, du hast ja meine Arbeit so ein bisschen erlebt, du hast einen Teaser mal erlebt, so einen kurzen Workshop auf dem Männerfestival. Und das geht schon sehr zur Sache bei mir, wie du weißt, sehr körperlich, sehr auch wirklich herausfordernd, konfrontativ in allen Bereichen. und das führt dazu, dass die Augen blitzen. Das erlebe ich halt, das mache ich es auch so. Weil das ist der schnellste Weg, wo die Leute wirklich dann, bumm, da sind sie da und dann ist die Freude da, ja, die Lebensfreude, wenn man so arbeitet. Absolut. Absolut, absolut. Kann ich nur bestätigen. Also es war zwar nur ein Anführungszeichen-Teaser, aber es war sehr herausfordernd, sehr kräftigend und sehr bereichernd. Absolut. Ja, ja, ja. Es war auch wirklich eine Freude. Absolut. Muss ich wirklich sagen. Hat Spaß gemacht da. Paul, auch heute das heutige Gespräch mit dir hat wieder mega Spaß gemacht. Die Zeit läuft dahin, das ist unglaublich. Ich vergesse immer total auf die Uhr zu gucken, weil ich bin mit dir da. Das ist ein total spannendes Thema. Hey, ich freue mich auf dich als Nächste und ich denke, das Nächste ist auch sehr wichtig, wenn man selbstbestimmt leben möchte. Also wirklich immer, da muss man auch Grenzen setzen. Und beim nächsten Mal geht es um, ja, wie du als Mann Grenzen setzt. Also bleib dran, lieber Mann. Ja, wenn du mit dem Fabian zusammenarbeiten möchtest, dann natürlich in der Beschreibung hast du wie immer nur seine Kontaktdaten, klarerweise. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke drückst, kriegst du auch eine Erinnerung, wenn wir das Nächste mit dem Fabian hochladen, setze Grenzen. Ganz, ganz wichtig. Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank. Und es war wieder ein Vergnügen. Ich habe zu danken. War mir auch ein Vergnügen. Und bis zum nächsten Mal, Roland. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ja, selbstbestimmt und Leben oder überhaupt Leben. Selbstbestimmt. Das ist ein spannendes Thema. und ja, ich kann euch nur auffordern, geht es diesen Weg. Wie der Fabian gesagt hat, auch meine Erfahrung ist, macht es sich nicht alleine. Sucht sich einen Balli, einen Coach, der euch dabei unterstützt, weil man hat immer wieder Rückschritte. Und es ist nicht einfach, aber es ist intensiv. Aber es bringt sehr, sehr viel. Absolut, absolut. Ich habe das Glück, dass ich sehr früh begonnen habe, sondern immer schon ein Freigast war, selbstbestimmt. Unterwegs war und bin, auch mit immer wieder kleinen Einschränkungen, klarerweise. Ich lebe ja auch in diesem System. Aber ich kann es euch nur empfehlen. Ja, und nächstes Mal geht es zum Thema Setze Grenzen. Das ist auch ganz wichtig, auch als Mann zu lernen, Grenzen zu setzen. Auch ganz, ganz wichtig, um nicht in einen Burnout zu kommen. Okay, hat wieder Spaß gemacht. Schön, dass du reingeschaltet hast. Ich freue mich, wenn du das Video teilst, wenn du den Kanal abonnierst und meine Arbeit unterstützt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Roland. Danke.